Tja, man mag es kaum glauben, aber die Wall Street blickt so ein bisschen irritiert, gerade doch eher nach Europa. Warum? Weil die Börsen da so viel besser laufen. Die Wall Street hat diese Woche Sand im Getriebe und interessant ist vor allem, dass rückläufige Renditen bei US-Staatsanleihen dem Aktienmarkt nicht mehr wirklich helfen. Wir haben jetzt diese Debatte, was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft? In dieser Woche die Arbeitsmarktdaten zu den Anzahl der offenen Jobs. Der JOLS-Bericht, schwächer als erwartet. Der Lohnabwickler ADP meldet, weniger neue Jobs im November als erwartet. Die Personalberatung Challenger Gray meldet an diesem Donnerstag auch, mehr Entlassungen als sonst. Ein Anstieg von fast 25 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Also wie wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag ausfallen, der vor dem Opening gemeldet wird, der Wall Street? Da gibt es also im Vorfeld ein bisschen Zurückhaltung. Ansonsten sehen wir die Fluggesellschaften mit Auftrieb. Die profitieren natürlich von den sinkenden Energiepreisen. Öl in den letzten Tagen deutlich unter Abgabedruck. Und wir haben, was Ergebnisse betrifft, heute ein etwas uneinheitliches Bild. C3 AI, die Aktien von GameStop, beide eher auf der Verliererseite. Dafür aber Dollar General und Semtech im Plus. Auch Siena kann von den Zahlen profitieren. Heute Abend meldet unter anderem Broadcom. Tja, wir sehen seit Tagen vor allen Dingen, dass Europa der Wall Street davonläuft. Die europäischen Märkte laufen besser. Die Wall Street hat in dieser Woche ein bisschen Sand im Getriebe. Und vor allen Dingen merkt man, dass die sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen dem Aktienmarkt nicht mehr unbedingt unter die Arme greifen. Ganz im Gegenteil, wir sehen zunehmend die Debatte und Frage, wie stark die Wirtschaft denn an Dynamik verlieren wird. Gestern gab es ein Interview vom CEO von Walmart. Und der betonte gegenüber CNBC, dass man in bestimmten Bereichen, Warenbereichen, jetzt vor allen Dingen die Volumen steigern muss, um die Umsätze unverändert zu halten. In anderen Worten, die Ära der Preisanhebungen ist vorbei. Das hatte Walmart schon im Umfeld der Ergebnisse signalisiert. Kein besonders gutes Omen für die Konsumgüterindustrie. Der operative Vorstand von Blackstone hat sich außerdem gestern zu Wort gemeldet bei der Goldman Sachs Financial Services Konferenz. Und der betont also, well, der vierte Akt hat begonnen. Der erste Akt, Stimulus. Der zweite Akt, Inflation. Der dritte Akt, die Notenbank bremst. Der vierte Akt mit verzögertem Effekt, läuft auch die amerikanische Wirtschaft nun etwas schwächer. Die Frage wird sein, Rezession ja oder nein? Und weniger Wachstum, was bedeutet das für die Aktienmärkte? Diese Debatte ist jetzt am Laufen. Und wir werden wahrscheinlich im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten am Freitag ein bisschen Zurückhaltung sehen. Nächste Woche dann am 12. werden außerdem die Verbraucherpreise gemeldet. Am 13. dann die Tagung der amerikanischen Notenbank. Und auch die wird spannend sein. Wir haben den Zeitpunkt von Zinsanhebungen so weit nach vorne gezogen. Rechnen mit 150 bis 150 Basispunkte an Senkung bis Ende kommenden Jahres. Na, ob da Jerome Powell nicht mal versuchen wird, ein bisschen kaltes Wasser drauf zu schütten. Wir werden es merken. Wir haben ansonsten Signale der japanischen Zentralbank, dass man die Geldpolitik fortan etwas straffen wird. Aber straffen in Japan ist so eine Sache. Nullzinspolitik. Also wir sind ja gerade mal bei den 10-jährigen Anleihen bei 0,75 Prozent um den Dreh. Aber ja, es wird ein spannendes Phänomen im nächsten Jahr. Während die meisten Zentralbanken, inklusive auch der EZB, eher lockern werden, dürften die Japaner ein bisschen straffen. Der Yen also hat dementsprechend Auftrieb. Ansonsten haben wir bei den Wirtschaftsdaten eigentlich keine weltbewegenden. Die Exporte in China waren im November etwas stärker als erwartet. Die Importe schwächer als erwartet. Nicht unbedingt eine überzeugende Entwicklung für die chinesische Wirtschaft, aber letztendlich gesehen eben auch nichts Neues. So, dann haben wir heute Abend die Ergebnisse von Broadcom. Die werden wichtig sein. Da bekommen wir neue Einblicke. Unter anderem auch, was die mögliche Nachfrage für das iPhone betrifft. Foxcons Kommentare deuten ja eher auf eine anziehende Nachfrage. Und die Aktien von Apple waren gestern dementsprechend im Plus. Außerdem haben wir heute Abend die Zahlen von Lululemon und auch von DocuSign und RH. So, wir haben auch Analystentage. Domino's Pizza, Moderna heute mit im Fokus. Ansonsten will ich mal mit einer Übernahme anfangen. Cerevel soll für 8,7 Milliarden Dollar oder 45 Dollar in Aktien von AppV übernommen werden. Der Deal soll allerdings erst im Jahr 2030 zur Profitabilität von AppV beitragen. Also die Übernahme wirkt so ein bisschen desperat, muss man sagen. AppV hat ein wichtiges Medikament unter anderem, das ist Humira. Aber der Patentschutz ist ja ausgelaufen. Die Umsätze brechen ein. Im letzten Jahr waren es noch über 21 Milliarden. Man schätzt im kommenden Jahr nur noch 9 Milliarden Dollar. Unter 7 Milliarden Dollar im Jahr 2025. AppV muss also hier Gas geben. Man braucht einen neuen Motor für Wachstum. Eigentlich wollte man ja Immunogen übernehmen, aber die Übernahme, da hat man das Angebot letztendlich gesehen, zurückgezogen. Und Tage später jetzt das Angebot für Cerell. Also AppV hier sehr stark mit im Fokus. Dann kommen wir mal zu den Ergebnissen. Der sinkende Ölpreis, sinkende Benzinpreise, Erdgaspreise in den USA. All das hilft natürlich den Fluggesellschaften und nicht nur denen. Die Kreuzfahrtgesellschaften waren auch in den letzten Tagen im Aufwind. Da ging es bei den Aktien bergauf. Nach Delta Airlines, die gestern die Prognosen bestätigt haben, kommt nun JetBlue und sagt auch, der Verlust im vierten Quartal wird geringer sein als ursprünglich erwartet. Hängt übrigens nicht nur an den Kerosinpreisen, sondern auch daran, dass die Nachfrage insgesamt gesund ist. So, C3 AI hat den Begriff AI im Namen. Müsste man ja eigentlich meinen, der Name ist Programm. Nur leider ist es eben in diesem Fall nicht so. Der Umsatz hat leicht enttäuscht. Und das operative Ergebnis, der Verlust wird im Fiskaljahr 2024 höher ausfallen als erwartet. 115 bis 135 Millionen erwartet wurden, 70 bis 100 Millionen. Bei Chewy enttäuschen die Umsätze, vor allem auch die Aussichten, die Aktien ebenfalls unter Druck. Und GameStop, naja, Meme-Wert halt. Was will man sagen? Das ist das eigentlich Interessante bei GameStop. Finde ich, ist dieser kleine Nebensatz in dem TenQ-Filing bei der Börsenaufsicht. Nämlich, dass das Management Board jetzt Anfang Dezember entschieden hat, das Unternehmen dürfte auch in Wertpapiere investieren. Ja, also was heißt das jetzt? Wird jetzt GameStop auf einmal zum Investor? Und was für Wertpapiere? Vielleicht sogar Krypto. Dann hat man ja schon wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben werden kann. Krypto läuft wie Nachbars Lumpi, ne? Also, ich bin sehr gespannt, was danach auf uns zukommt. Wir haben ja einen neuen Film auf dem Markt über Wall Street Bets, Roaring Kitty und damals der Boom bei GameStop und der Streit mit den Hedgefondsmanagern. Super lustiger Film, kann ich nur empfehlen. Und seit dem Release geht es übrigens auch bei GameStop bergauf. So, bei Google gab es eine ganze Reihe neuer AI-Produkte. Die Aktie war vorbörsig schon mit auf der Gewinnerseite. Und es gibt ein paar ganz spannende Up- und Downgrades. TD Cowan äußert sich optimistisch zu Amazon. Da gab es gestern auch schon positive Kommentare. Kursziel 200 Dollar. Bei Chevron senkt die City das Kursziel von 170 auf 148 Dollar. Chewy, sehr viele Analystenkommentare, eher negativ. Evercore ISI rasiert das Kursziel nach den Ergebnissen von 35 auf 19 Dollar. Wir haben sehr viele Kommentare auch zu McDonalds heute Morgen. Die City Group, JP Morgan und das Brokersstiefel, alle heben die Kursziele für McDonalds an. Die City sieht den Wert bei 308 Dollar. Da muss ich allerdings korrigieren. Es ist zwar das höchste Kursziel von diesen dreien. Vorher lag das Kursziel bei 310, hat also die Bank um 2 Dollar reduziert. Aber 308 Dollar, immer noch Spitzenreiter. JP Morgan hat ein Kursziel von 300 Dollar und das Brokersstiefel bei 285 Dollar. McDonalds hatte diese Woche den Analystentag. So, jetzt wünsche ich ein gutes Gelingen, guter Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Bis dann. 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 Bis dann.